Die weiten Wunder leuchten noch in unseren Tagen, was einst ein mächtiger Arm an einem Volk getan hat. Das tust du jetzt an allen Völkern. Einst hast du Israel aus der Knechtschock des Pharao befreit und durch die Flutung des Roten Meeres gefühlt. Nun aber führst du einfach durch das Wasser der Taufe zur Freiheit. Gibt, dass alle Menschen, Kinder Abrahams, werden und zur Würde des auserwählten Volkes gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Gloria in excensis Deo Die weiten Wunder leuchten 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 Wunder leuchten Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Schwestern und Brüder, wir, die wir auf Christus Jesus getaucht haben, sind auf Christus Jesus getaucht worden. Schwestern und Brüder Schwestern und Brüder